also so ein duell ist nicht leicht also wer das kann ich kann das du kannst das ja du bist aber zu klein ich treffe man ja gar nicht machen wir noch mal fünf schritte ja willst du nicht was kriegt denn dafür machen wir es einfach aus spaß nie aus spaß machen wir das nicht ich würde sagen ich würde sagen du hast du wirst der davis richtig hart eine reinballern der davis darf ich das denn ich werde das nicht wenn es nicht sieht du wirst hier richtig hart eine rein schlagen wie und wo ist mir egal okay kann ich das mal sehen lassen wie ein unfall natürlich dann ist das easy ja was nehme ich denn eigentlich meine ahnung hast ja nichts ja richtig schwierig schwierig bei dir vertraut wenn ich gewinne ja dann aus dem marshall g eine rein wenn diesmal da ist aber richtig okay machen wir der hat nicht zugehört das ist egal das musste das muss ja gar nicht wissen okay ja fünf schritte nur aber die waffe können wir schon in der hand halten ist das ja easy naja nö wenn damit ziehen wir ändern dann zumal ich habe keine holster ich auch nicht bist du willst du mich verarschen ja gut dann mal wieder auf der anderen seite so wer zählt fünf schritte richtig fünf schrecke ich glaube wir brauchen den doktor ich glaube ich glaube ich habe gerufen ja so zielt man man sollte sich nicht mit billi anlegen ja guter schoß billi danke das ging aber schnell ja 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 doch ich würde ich bin auch zu retten an ist der doktor da schon oder ja ja wir haben ja für den sieg hundertprozentig die 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 wie sollte man besser kein duel machen ich habe auch extra in die runden gezielt habe aber irgendwie den kopf getroffen ja bei dem Rückstoß beim Schießen. Passiert das halt? Ja. Boah, ich dachte, das tat gut. Das tat gut. Scheiße. Ich hab zu spät. Ich hab zu spät geklippt. Ach, rip.